Kann ich hier was? Da oben ist ein Schloss! Da oben ist ein Schloss! Junge, ich hab Frankreich! Was machen wir jetzt mit der scheiß Frankreich-Flagge? Wapsi-Duck für dein 21. Monat, du erotestes geiles Stück! Okay, kann ich hier vielleicht Frankreich einsetzen? Nee. Okay, ich mein, damit muss jetzt irgendwas möglich sein. Okay. Nee, irgendwie nicht. Ich hab noch den Mauszeiger. Auf meine Seite... Ah, ich brauch ein Papier! Ich hab's verstanden. Ich kann das als Papier unten durchschieben. Und dann hau ich den Schlüssel raus. Und dann zieh ich da dran! Und dann machen wir auf! Weil ich brech in dein Haus ein! Ich hab meine Sturmmaske nicht hier. Aber ich bin ein Einbräer! Oh, scheiße, dick! Weil sie nicht möchte proprietär bleiben. Ich hab mir doch... Und dann...